Hallo Gadgets Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir euch ein paar Gadgets für eure ganze Familie vor. Von endlosen Bilderbaukästen, mit denen ihr eure Lieblingsmomente kreativ festhalten könnt, über Formen für individuelles Eis im Sommer, bis hin zu Robotern, mit denen ihr nicht nur zusammen spielen, sondern auch lernen könnt zu programmieren. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Chance erhaltet, das zweite Gadget auf der heutigen Liste zu gewinnen und damit eure Familienfotos auf ein neues Level zu bringen, bleibt unbedingt dran. Die Links zu allen Produkten findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Und damit legen wir los mit den besten Gadgets für die ganze Familie. Nummer 1 ist eine 10 Meter lange, individualisierbare Lichterkette, mit der ihr die Lieblingsmomente mit eurer Familie schön in Szene setzen könnt. Das eigentliche Band wird über kaum sichtbare Nägel gespannt und besitzt alle 10 Zentimeter eine kleine LED-Iode. Diese werden von drei AA-Batterien mit Strom versorgt, sodass ihr nicht mal eine Steckdose in der Nähe braucht. Um die Batterielaufzeit zu verlängern, könnt ihr die Stromzufuhr mit einem kleinen Kippschalter jederzeit ein- oder ausschalten. Mitgeliefert werden auch 60 transparente Klammern, die ihr auf die LED-Ioden stecken könnt, wodurch sie selbst wie leuchtend aussehen. In die Klammern geklemmte Bilder sind so auf Wunsch jederzeit angenehm beleuchtet. Übrigens könnt ihr auch zwischen kaltweißen, warmweißen oder sogar 10 farbigen LEDs auswählen. So solltet ihr definitiv für jede Wohnung und jeden Geschmack die optimale Bilderstrecke mit weit über 30 Bildern eurer Familie bauen können. Das zweite Gadget wurde uns von MosaPrick zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um einen schier endlos individualisierbaren Bilderbaukasten, den ihr mit eurer Familie zusammen zusammenbauen könnt. Selbst in der kleineren S-Variante hat das entstehende Bild eine Größe von 51 x 51 cm. Die größere L-Variante hingegen kommt auf ganze 76 x 76 cm. Und wollt ihr gleich ein ganzes Wandmosaik erschaffen, könnt ihr sogar vier der kleineren S-Pakete kombinieren, um auf ganze 102 x 102 cm zu kommen. Doch die schiere Größe ist natürlich nicht die einzige Besonderheit dieses Baukastens. Mit mehreren tausend kleinen Noppensteinen, die ihr auf die mitgelieferten Steckplatten steckt, erhalten eure Lieblingsmomente einen ganz eigenen Charme. Um das Motiv aber erstmal zu erhalten, ladet ihr ein beliebiges Foto auf die MosaPrick-Webseite hoch, wo dieses in die fünf verfügbaren Graustufen und das einzigartige Pixel-Design umgewandelt wird. Und für Feinjustierungen könnt ihr auch zwischen verschiedenen Filtern wählen. Habt ihr das perfekte Motiv gefunden, gibt euch die Webseite eine Anleitung für das Aufstecken jedes Viertels einer Steckplatte. Die einzelnen Farben sind dabei mit bestimmten Motiven versehen, die ihr auch auf der Tüte der Steine wiederfindet. Bereits gesteckte Steine sind auf der Webseite doppelt anklickbar, sodass ihr nicht durcheinander kommt, welche Reihe ihr bereits habt. Zusammen mit eurer Familie könnt ihr mit diesem endlosen Baukasten die schönsten Momente ganz besonders wieder erschaffen und festhalten. Sind alle Steckplatten fertig, verbindet ihr sie und die mitgelieferten Klebepads ermöglichen auch einen festen Halt an jeder Wand. Habt ihr euch verbaut oder wollt ein neues Motiv erschaffen, legt MosaPrick ein kleines Werkzeug bei, mit dem ihr die Steinchen auch ganz leicht wieder von der Platte entfernen könnt. Mit dem Code TOPGADGETS zusammengeschrieben, erhaltet ihr sogar einen 15% Rabatt. Schreibt uns außerdem mit dem Hashtag Baukasten unten in die Kommentare, warum dieses Gadget perfekt für euch und eure Familie ist und ihr erhaltet die Chance, unsere Version zu gewinnen. Die Nummer 3 ist eine smarte Erweiterung für euer Zuhause. Das elektronische Türschloss von Nuki kann für fast jede Tür nachgerüstet werden, ohne den Zylinder auszutauschen oder bohren zu müssen. Dieser Aufsatz wird direkt auf den bereits verbauten Zylinder gespannt und ein Schlüssel eingesteckt, der anschließend von dem Rest des Gerätes verborgen und elektrisch gedreht wird. Kompatibel mit dem Apple HomeKit, Google Assistant und Amazon Alexa könnt ihr das Schloss anschließend ganz einfach mit eurem Smartphone oder per Sprachbefehl öffnen und schließen. Solltet ihr euch ausgeschlossen haben, könnt ihr also selbst eure Familie aus beliebiger Entfernung die Tür schnell wieder für euch öffnen. Die Berechtigung hierfür ist außerdem schnell vergeben, beispielsweise an Besuch, die Babysitterin oder den Reinigungsdienst. Und ist mal keine Hand frei, erkennt das Schloss auch, wenn sich euer Smartphone nähert und entriegelt die Tür vollautomatisch. In weniger als drei Minuten Installation habt ihr also schon einen neuen smarten Begleiter, der eurer ganzen Familie das Leben erleichtert. Unser viertes Gadget wird euch und eurer Familie insbesondere in den heißen Sommertagen den Tag versüßen. Diese kleinen und günstigen Eisformen aus Silikon lassen sich mit jeder beliebigen Flüssigkeit befüllen, aus der ihr schon immer mal ein Eis machen wolltet. Anschließend einfach die Stäbchen rein und die Form ab in den Gefrierschrank. Wenige Stunden später könnt ihr schon Cola, Milch oder euer Lieblingssafteis probieren. Dank des flexiblen Silikons bekommt ihr die Stäbchen mit dem Eis selbst gefroren wieder leicht aus der Form. Und mindestens genauso einfach gestaltet sich auch die Reinigung. So kann jedes Familienmitglied sein eigenes Wunscheis am Stier designen und danach in gemeinsamer Runde bei den heißen Temperaturen genießen. Nummer 5 auf unserer Liste der besten Familiengadgets belegt Cosmo. Cosmo ist ein kleiner Roboter, der aber ziemlich viel drauf hat und dabei sogar was für die gesamte Familie ist. Denn hierbei handelt es sich nicht einfach um irgendeinen Spielzeugroboter. Mit Cosmo können zusammen mit Geschwistern oder Eltern die ersten Schritte in die Informatik unternommen werden. Denn das Verhalten und die Bewegungen sind umfangreich programmierbar. Und dabei wird auf Codelab zurückgegriffen. Eine visuelle Programmiersprache, die die Grundlagen und Funktionsweisen der Programmierung anschaulich darstellen und einfach handhaben lassen. Außerdem besitzt Cosmo eine Kamera, die in der Lage ist, bestimmte Objekte und Bilder zu erkennen und dementsprechend für die Ausführung von Programmen genutzt werden kann. Seid ihr schon etwas fortgeschritten in der Programmierung, dann könnt ihr statt der visuellen Oberfläche auch andere schriftbasierte Editoren nutzen, um noch mehr Möglichkeiten zu erhalten. Über die Cosmo App für Android oder iOS kann ja kleine Roboter natürlich auch so gesteuert werden. Leider hat die Firma hinter Cosmo die Produktion allerdings eingestellt, weshalb nur noch wenige Exemplare über eigenständige Händler auf Amazon verfügbar sind. Der Support soll dennoch auch langfristig aufrechterhalten werden. Den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Unser nächstes Gadget ist perfekt für jede Geburtstags- oder Familienfeier. Egal ob Indoor oder Outdoor, die Seifenblasenmaschine von One by One sorgt für die richtige Stimmung. Die Kleinen sind damit beschäftigt, die fliegenden Blasen zu fangen und die Großen können das spiegelnde Sonnenlicht in den Kugeln beobachten. Für maximale Flexibilität ist die Stromversorgung sowohl direkt per Kabel als auch mit Batterien möglich. Zwei Stärken haben für jede Situation die richtige Intensität. Auf höchster Stufe können sogar tausende Seifenblasen pro Minute erzeugt werden. Dieses kleine Gerät wertet definitiv jede eurer Partys nochmal deutlich auf. Das letzte Gadget für heute wird euch und eure Familie insbesondere auf Reisen äußerst nützlich sein. Diese handliche kleine Platte könnt ihr im Auto, Flugzeug, beim Campen und noch vielen anderen Orten einfach ausrollen und ein Smartphone bis zu 6,5 Zoll darauf stellen. Das Vergrößerungsglas wird nun wie eine riesige Lupe euer kleines Smartphone-Display auf ganze 12 Zoll verdoppeln bis verdreifachen. Selbst auf Reisen, wo ihr gerade nicht euren Flatscreen-Fernseher mitnehmen könnt, braucht ihr also nicht auf die gemütlichen Filmabende mit der Familie verzichten. Das Gadget ist in drei Holzfarben verfügbar, kostet weniger als 15 Euro und nimmt kaum Platz im Handgepäck weg. Das Design des aufrollbaren Holzes schützt während des Transport außerdem das Vergrößerungsglas, um Kratzer und Schäden zu vermeiden. Holt das Blockbuster-Feeling mit diesem coolen Gadget von Kongming also auch auf eure Familienausflüge. Den Link zu diesem und auch allen anderen Gadgets in diesem Video findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und das war's wieder mit dem heutigen Video. Wir hoffen, euch hat's wieder gefallen. Vergesst nicht mit Hashtag Baukasten in die Kommentare zu schreiben, warum der MosaBwick Bilderbaukasten das perfekte Gadget für eure Familie ist und vielleicht antworten wir euch schon bald mit der Gewinnmitteilung auf euren Kommentar. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos und Gewinnspiele mehr verpassen wollt und lasst einen Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!